Es ist wieder an der Reihe, zwei Spieler in den Ring zu schicken. Ihr habt letzte Woche in Instagram für Carvani und Nehmer abgestimmt. Da aber einige auch sich die Hazard-Brüder gewünscht haben, kommt heute das Video. Ja, immer wieder montags heißt es 1 gegen 1 Spieler-Duell. Heute mit Eden und Thorgan Hazard. Mit gleich drei erfolgreichen Profispielern hat die Familie Hazard alles richtig gemacht. Eden zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. Thorgan zu den besten aus der Bundesliga und der junge Kilian Hazard schlummert noch in der U23 von FC Chelsea. Klar ist der große Bruder Eden weitaus erfahrener als Thorgan, aber wie schlugen sich die zwei in dieser Saison? Und hat Thorgan in dieser Saison doch eventuell ein bisschen die Nase vorn? Schauen wir uns jetzt daher die zwei Dribbler genauer an. Fangen wir mit dem jüngeren Thorgan Hazard an. 2012 von RC Lenz für gerade mal 500.000 Euro nach Chelsea gewechselt, wurde er direkt wieder verliehen. Erst nach Belgien und dann zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, die auch nach nur einer Saison sein Talent wertschätzten und ihn für 8 Millionen Euro verpflichteten. Und dies hat sich gelohnt, denn Hazard fühlt sich sehr wohl und konnte sich sehr gut entwickeln, sodass er momentan auf einen Marktwert von 20 Millionen Euro kommt und von einigen Premier League Mannschaften beobachtet wird. Mit 1,74 Meter ist er vergleichbar groß wie sein Bruder Eden. Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft 2020 aus und die werden sicher versuchen, den jungen Belgier zu halten. Denn mit 8 Toren und 8 Torvorlagen ist er momentan einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft. Und mit 31 Punkten ist noch alles in dieser Saison offen für die Gladbacher. Zu den wesentlichen Stärken von Torgen zählt seine Schnelligkeit, sein gutes Passspiel und seine Flanken. Der 24-Jährige schafft es immer mit tollen Dribblings, einen Weg zum Tor zu finden. Sein Abschluss dagegen ist mittelmäßig, denn er vergibt oft seine Chancen, die sicher dazu geführt hätten, dass sein Rating weitaus besser wäre. Auf der anderen Seite leidet seine Spielweise ein bisschen durch sein Ego. Es kommt oft vor, wo der junge Belgier den Ball abspielen kann, jedoch versucht er es dann meist alleine und verspielt dadurch wichtige Konter oder anderes. Genug, aber schlecht geredet. Nun etwas über seinen Spielstil. Torgen ist ein konterstarker Spieler. Durch seine Schnelligkeit und sein Stellungsspiel steht er bei Kontern meist richtig. Außerdem mag er es, wie die meisten Außenspieler schnell in die Mitte zu ziehen, um den Abschluss zu suchen. Da Torgen mit 24 momentan gute Leistungen in der Bundesliga zeigt, wird es kaum verwunderlich sein, wenn er schon bald zu einem größeren Klub wechseln würde. Der Gladbacher betonte oft, wie gerne er doch mit seinem Bruder bei einem großen Klub spielen würde. Und mit 20 Millionen Euro ist er auch nicht der teuerste. Allerdings wäre es aus der Sicht von Borussia Mönchengladbach schlecht durchdacht, ihn ziehen zu lassen, da man sonst auf der Außenposition keinen guten Ersatz hätte. Seine Zukunft bleibt also offen und spätestens ein Jahr bevor sein Vertrag abläuft, werden wir mehr erfahren. Kommen wir zum Bruder, Eden Hazard, der vielleicht beste Spieler des FC Chelsea. 2012 für 35 Millionen Euro vom OSC Lille gekommen, hat sich Eden in den letzten sechs Jahren in London nicht nur einen Namen in der Premier League, sondern auch im Weltfußball gemacht. Mit 27 Jahren steht der Belgier momentan auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Momentan kommt er linksaußen auf einen Marktwert von 100 Millionen Euro und seine Zeit in Chelsea dürfte wahrscheinlich auch schon bald zu Ende sein, denn das Interesse aus Spanien steigt immer weiter. So einfach werden die Londoner ihn aber sicherlich nicht ziehen lassen, denn mit 15 Toren und neun Vorlagen in 36 Spielen ist das ein Besswert bei Chelsea. Wäre es nicht Eden Hazard gewesen, der in den letzten Spielen 100% gegeben hat, stände Chelsea jetzt nicht auf den vierten Platz. Kommen wir zu den Stärken von Eden. Dass er gut am Ball ist, weiß jeder und das nicht nur aus FIFA, denn wer ihn nur einmal hat spielen sehen, der kann bezeugen, was für eine unglaubliche Ballführung Eden Hazard besitzt. Damit verbunden sind sein gutes Dribbling und seine Schnelligkeit. Selbst am Ball schafft er es immer noch schneller als einige Abwehrspieler zu sein. Sein Abschluss ist ebenfalls stark und mit 15 Toren beweist er es auch dieses Jahr wieder. Für Eden ist es außerdem nicht schwer, Tore außerhalb des 16ers zu erzielen, denn mit seinen Weitschüssen bringt er so einige Torwarte ins Schwitzen und dann noch seine überragenden wichtigen Pässe, bei denen der Stürmer meist nur noch abschließen muss. Lediglich Edens Abwehrverhalten lässt zu wünschen übrig. Wer als Abwehrspieler auf der Seite von ihm spielen muss, der kann davon ausgehen, gleich doppelt so viel laufen zu müssen. Außerdem ist er durch seine Größe anderen Gegenspielern körperlich bzw. in Luftduellen nicht gewachsen. Aber ganz ehrlich sind dies sehr kleine Probleme. Jetzt aber zum Spielstil von Eden Hazard. Wie schon bereits erwähnt, liebt er es zu dribbeln und zwar so lange, bis er meist die Grundlinie erreicht, um so einen Querpass in den 16er für seine Mitspieler zu bringen. Auch oft zu sehen sind seine langen Bälle, mit denen er schön das Spielgeschehen verlagert. Eden Hazard ist ein weiterer Spieler, der im Spiel sehr oft gefoult wird. Kann natürlich daran liegen, dass nur wenige sich gern von ihm verarschen lassen. Und wie sein Bruder ist er auch eine Waffe im Konterspiel. Mit nur zwei bis drei Stationen schafft er es damit bis ins gegnerische Tor. Und auch er mag es oft in die Mitte zu ziehen, um so dann den Abschluss zu suchen. Jetzt aber nochmal zur Übersicht alle Daten gegenübergestellt. Torgen ist 24, 1,74 groß, spielt bei Borussia Mönchengladbach, wo sein Vertrag noch bis 2020 geht und kommt auf einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Sein Bruder Eden ist 27 Jahre alt, 1,73 groß und bei Chelsea bis 2020 unter Vertrag. Sein Marktwert beträgt 100 Millionen Euro. In dieser Saison schafft es Torgen in 25 Spielen achtmal zu treffen und weitere achtmal vorzulegen. Seine Durchschnittstrefferzeit liegt bei 275 Minuten. Eden kommt in 36 Spielen auf 15 Tore und 9 Assists. Er trifft dabei alle 168 Minuten. Zu den Stärken des Gladbachers Torgen zählen sein gutes Passspiel seine Flanken und seine Schnelligkeit. Schwächeln tut er ein bisschen im Abschluss und außerdem leidet er manchmal unter seinem Ego. Auf der anderen Seite ist Eden Hazard sehr stark im Ballhalten und im Dribbling. Außerdem verfügt er über einen guten Abschluss und ein gutes Passspiel. Seine langen Bälle kommen ebenfalls meist zuverlässig an. Er kann sich zwar oft im Dribbling durchsetzen, aber ohne Ball ist er körperlich einigen Spielern in der Premier League unterlegen. Außerdem ist er nicht gerade bekannt dafür, hinten auszuhelfen. Torgens Spielstil sieht so aus. Er liebt den Konterfußball und versucht oft in die Mitte zu ziehen, um dann den Abschluss zu suchen. Eden auf der anderen Seite liebt es zu dribbeln, den Pass in den Strafraum zu suchen und lange Bälle zu spielen. Er ist ein Spieler, der öfters im Spiel gefoult wird. Genau wie sein Bruder ist er konterstark und sucht den Schritt in die Mitte, um abzuschließen. Ja und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Zwei tolle Brüder, die sicher die Konkurrenz untereinander lieben. Doch wie sieht's bei euch aus? Konnte sich Torgan gegen seinen Bruder beweisen? Oder sagt ihr, Eden ist der klare Sieger? Lasst eure Meinung in die Kommentare, um den Sieger festzulegen. Und Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir hören uns damit schon am Mittwoch wieder bei der nächsten WM-Gruppenanalyse. Bis dahin, macht's gut!